Guten Abend Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Video. Diesmal geht es mal wieder um die Promi-Welt und zwar ganz speziell um Popstar Janet Jackson. Denn die gute, eher altes, reiche Schicksal wie Bruder Michael. Angesichts neuer Fotos schlagen Experten nun nämlich Alarm. Auch Janets Nase droht zu verschwinden. Es sieht nach einem nasalen Zusammenbruch aus und nach einem Rückzug der Nasenlöcher, sagt der plastische Chirurg Matej Schulmann in der New York Post. Dies könnte das Erlebnis der vielen chirurgischen Prozeduren sein, die eine Beschädigung der darunterliegenden Knorpel verursacht haben. Auch ihren vielen OPs hatte Janet Jackson nie ein Geheimnis gemacht, wofür sie ihre Fans lieben, denn sie ist stets offen und ehrlich, was dies angeht. Für eine schmalere Nase legte sie sich mit 16 Jahren erstmals unters Messer. Für weitere Videos rund um die Promi-Welt oder generell um Neuigkeiten aus aller Welt könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Falls euch mein Video gefällt, lasst mir ruhig auch einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns wieder bei meinem nächsten Video.